Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. In der heutigen Folge sprechen wir über den sogenannten Römputsch. Ein wichtiges Kapitel in der Frühphase des NS-Staates und gleichzeitig ein Kapitel, in dem sich die Machtverhältnisse zwischen den verschiedenen NS-Organisationen, vor allem SS und SA, fundamental verschieben sollten. Was es mit diesem Römputsch auf sich hatte, was er eigentlich war, wie er verlief und was natürlich am Ende rauskommen sollte, darüber sprechen wir jetzt in den kommenden Minuten. Los geht's! Das Jahr 1934, also das Jahr, in dem der sogenannte Römputsch stattfinden sollte, war für den Nationalsozialismus direkt in doppelter Hinsicht ein Erfolgsjahr gewesen. Denn auf der einen Seite, auf einer staatlichen Ebene, einer Makroebene sozusagen, war das Jahr 1934 das Todesjahr von Reichspräsident Hindenburg gewesen. Man muss sich vorstellen, in der Frühphase des NS-Staates war es so gewesen, also im Jahr 1933, dass gewisse Reste der alten Weimarer Republik, ein Rumpfstaat der Weimarer Republik, noch bestanden hatte. Man hatte immer noch den Reichspräsidenten, der auch gleichzeitig der Oberbefehlshaber der Streitkräfte war und daher war der Reichspräsident der einzige und auch das einzige Amt, was Adolf Hitler, dem neuen Reichskanzler, in irgendeiner Form noch gefährlich werden konnte. Doch im Jahr 1934 sollte Hindenburg aus ganz natürlichen Umständen, aus Altersgründen, sterben und damit wurde das Amt des Reichspräsidenten frei. Doch anstatt dieses Amt natürlich jetzt neu zu besetzen, räumte Hitler dieses Amt aus dem Weg und damit eben das letzte größere Risiko, das ihm bei seiner Machtentfaltung im Weg stand. Und daher wurden jetzt nun die Ämter von Reichskanzler und Reichspräsident miteinander vereint sozusagen und daraus entstand quasi jetzt die Führerpersönlichkeit des NS-Staates. Doch das Jahr 1934 war nicht nur auf dieser Makroebene wichtig gewesen für den Nationalsozialismus, sondern auch auf einer Mikroebene, sprich innerhalb der NS-Organisationen. Der 1934 war das Jahr, in dem sich der langjährige Streit vor allem zwischen den NS-Organisationen SS und SA zuspitzen sollte. Gleichzeitig war es auch ein Streit zwischen SA und Reichswehr gewesen und diese verschiedenen Organisationen, die eben schon lange vor dem sogenannten Dritten Reich bestanden hatten, eben schon in der Weimarer Republik da waren, sollten nun um die Machtstellung im neuen Staat kämpfen. Im Jahr 1934 hatte sich schlussendlich die SA zunehmend zu einem Störenfried entwickelt aus Hitlers Sicht und war zu einem Unruheherd geworden. Man muss sich dabei bewusst machen, die SA, die Sturmabteilung, also eine der wichtigen NS-Organisationen, war im Grunde genauso lange da wie die NS-DAP selbst, denn die SA war eine der ersten Organisationen, die überhaupt innerhalb der NS-Bewegung begründet wurden. In der Weimarer Republik war es vor allem eine Prügeltruppe gewesen, könnte man sagen, die Hitlers politische Botschaft mit Gewalt auf die Straße bringen sollte. Doch nun, nach dem Jahr 1933, hatte sich natürlich auch die SA, die aus vielen sehr einfachen Menschen teilweise bestanden hatte, eine neue Perspektive in diesem neuen Staat erhofft. Denn nun war man nicht einfach nur eine Parteiorganisation, sondern nun war man im Grunde ja auch Teil einer staatlichen Organisation geworden. Denn die NS-DAP war jetzt in die Staatsspitze aufgestiegen, Adolf Hitler war Reichskanzler geworden und bei der SA fing man nun an zu glauben, dass man eben auch einen neuen Platz in diesem neuen System haben wollte und eben nicht die alte Prügeltruppe bleiben sollte, die man in der Weimarer Zeit noch gewesen war. Dieser Machtanspruch der SA musste auf kurz oder lang zu politischen Problemen führen. Und zwar zum einen mit den verschiedenen verfeindeten Organisationen im NS-Staat, die ebenfalls um Macht rangen, SS, und natürlich dann eben auch der Reichswehr der alten regulären Armee der Weimarer Zeit. Und diese Organisationen waren natürlich auch auf der Suche, ihre Macht zu konsolidieren in diesem neuen Staat. Und daher konkurrierte hier letztlich jeder um die Gunst Adolf Hitlers. Doch die SA wurde seit 1933 auch zunehmend von einer inneren Krise heimgesucht. Man muss sich vorstellen, es gab in der SA mindestens zwei verschiedene Positionen, zwei verschiedene Lager, die sehr unterschiedliche Wege geplant hatten, wohin sich die SA jetzt nun nach 1933 entwickeln sollte. Man hatte auf der einen Seite eine Gruppe, die der Meinung war, man müsste jetzt den neuen Staat, den NS-Staat, radikal umbauen, radikal nach nationalsozialistischen Ideen und Ideologien umbauen und dabei eben alles aus dem Weg räumen, was einem dabei im Grunde im Weg stand. Also eine Art erweiterte Revolution, eine zweite Revolution letztlich durchführen, die die gesamte Gesellschaft mit der NS-Ideologie durchdringen sollte. Und auf der anderen Seite hatte man eine Gruppe in der SA, die weniger radikal war, die eben der Meinung war, man sollte eigentlich viel stärker mit den alten Eliten zusammenarbeiten, denn gerade nach 1933, in den ersten Jahren, war Hitlers Macht noch längst nicht so gesichert, wie man heute vielleicht annehmen mag. Und insofern machte es Sinn, die alten Eliten in das neue System einzubinden. Also ein Stück weit, wie das Benito Mussolini in Italien zunächst auch zumindest probiert hatte, dass man die alten Eliten einbaut, um die eigene Macht aufrechterhalten zu können und die natürlich stabilisieren zu können. Diese erste eher radikale Gruppe ist heute verbunden mit dem Namen Ernst Röhm, dem SA-Stabschef seit Anfang der 1930er Jahre, denn Ernst Röhm war jemand, der der Meinung war, dass der SA nun ein neuer Platz im neuen System zustehen würde. Die zweite Gruppe, die eher auf die Zusammenarbeit mit den alten Eliten hinarbeitete und damit vor allem eben auch auf eine Hinarbeit mit der Reichswehr, waren vor allem Leute gewesen wie Göring, Hitler natürlich, auch Heinrich Himmler, der SS-Chef, der schlussendlich natürlich gerade auch einen Vorteil herausziehen sollte, wenn die SA geschwächt wurde. Und so prallten jetzt nun verschiedene Lager seit 1933 aufeinander. Im Dezember 1933 wurde Ernst Röhm durch Adolf Hitler zum Minister ohne Geschäftsbereich ernannt. Und damit bekam Röhm den Eindruck, dass er und damit natürlich auch die SA ganz bewusst von Hitler einen Platz im neuen NS-Staat zugewiesen bekam. Doch diese neue Position bestätigte ihn natürlich auch darin, dass man jetzt der SA zu ihrem neuen Anspruch im neuen Staat verhelfen sollte. Und dafür war Röhm teilweise eben auch durchaus bereit, Konflikte mit Hitler einzugehen. Wie gesagt, spielten neben den politischen vor allem die militärischen Ziele der SA im frühen NS-Staat eine gewichtige Rolle. Denn die SA hatte bereits in der Weimarer Zeit einen Schwerpunkt vor allem auf Wehrsport gelegt, könnte man sagen. Also das war eine Gruppierung gewesen, die immer viel auf militärische Übungen gelegt hatte. Man hatte Geländegänge gemacht, man hatte militärische Kämpfe sozusagen trainiert und wie man sich dort verhalten müsste. Man hatte Marschübungen abgehalten etc. etc. Und damit war im Grunde die SA von Beginn an auf eine militärische Art gedrillt worden in gewisser Weise. Und das war nicht ohne Grund gewesen, denn die SA und vor allem eben der SA-Stabschef Röhm war der Meinung, dass die SA eben im NS-Staat auf Dauer möglicherweise die reguläre Armee werden würde, sprich die Reichswehr ersetzen würde. Also hatte man das Training dahingehend ausgerichtet. Dieser Anspruch der SA musste natürlich insbesondere in der Reichswehr als ein großes Problem erachtet werden. Die Reichswehr war die offizielle Armee des Staates, die man aus der Weimarer Zeit jetzt quasi übernommen hatte. Die alten Eliten des Offizierskorps waren wichtig, auch letztlich für Hitler, denn man brauchte die Reichswehr, wenn man auf Dauer eben einen Krieg führen wollte. Und darauf hatte Hitler im Grunde seit Anfang an hingearbeitet. Doch man hatte jetzt gleichzeitig das Problem, dass natürlich innerhalb der Reichswehr der Nationalsozialismus in den Köpfen der Menschen längst nicht so verbreitet war, wie das in den NS-Organisationen, SS und SA der Fall gewesen war. Denn die alten Offiziere kamen ja aus der Weimarer Zeit, teilweise die älteren sogar noch aus dem Kaiserreich. Und bei diesen Leuten konnte man nicht voraussetzen, dass die Nationalsozialisten sozusagen waren. Insofern war es gerade wichtig, dass man diese alten Eliten irgendwie beruhigte und ihnen klar machte, ihr seid im neuen Staat willkommen, ihr bekommt einen Platz im neuen Staat. Denn sonst hätte man von der Seite der Reichswehr natürlich gerade in der Zeit, in der Hindenburg der Reichspräsident noch lebte, möglicherweise auch einen Putsch erfahren können. Denn das war letztlich eine gefährliche Gruppe für Hitler. Also musste man diese Menschen in irgendeiner Form einbinden. Und bei diesem Einbildungsprozess der alten Eliten wurde die SA zunehmend zu einem Problem. Ende Februar 1934 sollte Hitler dann erstmals vor hohen Militärs sich dazu bekennen, dass die Reichswehr die zentrale Armee im Staat sein würde und es neben der Reichswehr keinen Waffenträger des Reiches sozusagen geben würde. Und das war natürlich eine direkte Absage, die auch damit an Ernst Röhm transportiert wurde, dass die SA sich eben mit ihrer alten paramilitärischen Rolle im Staat begnügen müsse. Sie aber niemals die reguläre Armee werden würde. Im Frühjahr 1934, als sich der Konflikt zwischen der SA und dem Staat sozusagen nun immer weiter zuspitzen sollte, stand Röhm im Grunde auf der Abschussliste von jedem großen NS-Politiker. Göring, Himmler, alle wollten ihn loswerden. Und natürlich auch der Reichswehrminister Blomberg hatte ein großes Interesse daran, Röhm loszuwerden. Denn als Reichswehrminister war er natürlich direkt für die Reichswehr zuständig. Und dort war eben der größte Ärger zentriert, den man mit der SA hatte. Es war sogar Blomberg, der immer wieder in den Wochen vor dem Röhm-Putsch und in den Monaten vor dem Röhm-Putsch letztlich darauf verwiesen hatte, dass von der SA eine ernsthafte Gefahr für den Staat ausgehen würde. Man hatte sich dabei darauf berufen, dass die SA möglicherweise die Fähigkeiten hätte, einen Putsch gegen den Staat durchzuführen. Tatsächlich war das nicht so abwegig, wie man sich vielleicht heute vorstellen mag. Denn mit drei Millionen Mann, die mehr oder weniger loyal zu Röhm standen, war das natürlich durchaus eine bemerkenswerte Kraft im Staat, die zu einem riesigen Problem werden konnte. Gleichzeitig hatte die SA durch ihre Wehrsport-Tradition, die man jetzt seit den 20er Jahren pflegte, natürlich auch einen Haufen von Waffen angehäuft, die man an verschiedenen Orten lagerte. Und das waren natürlich ausgezeichnete Voraussetzungen, um einen Putsch durchzuführen. Und genau diese Praxis mit den Waffenlagerungen und so weiter sollte man eben jetzt ins Auge fassen, um einen Mythos aufzubauen, der als Röhm-Putsch in die Geschichte eingehen sollte. Wenn wir heute über das Schicksal der SA sprechen, die 1934 im Zuge des Röhm-Putsches in der Bedeutungslosigkeit versinken sollte, dann reden wir zumeist über den Konflikt zwischen der SA, mit der SS und der Reichswehr. Man vergisst dabei allerdings häufig eine dritte Gruppe, die noch von größerer Relevanz in diesem gesamten Streit war. Und das waren die alten konservativen Eliten der Weimarer Zeit und des alten Kaiserreichs gewesen. Denn diese Eliten hatten von Anfang an ein Problem mit dem NS-Staat gehabt. Dieser konservative Kreis von alten Eliten war vor allem der Personenkreis, der sich um den Vizekanzler Franz von Papen versammelt hatte. Franz von Papen und viele dieser Konservativen waren zunächst 1933 bei Hitlers Machtübernahme mitgegangen, waren eben in das Kabinett eingetreten. Von Papen war Vizekanzler geworden. Das hatte zunächst einmal damit zu tun gehabt, dass man glaubte, man könnte den radikalen Hitler in dieser neuen Regierung einbremsen. Und man hatte zu diesem Zeitpunkt 1933 ja noch das gemeinsame Ziel gehabt, die alte verhasste Demokratie der Weimarer Zeit eben loszuwerden. Und da hatten sich die alten konservativen, autoritären Kräfte mit den NS-Kräften noch zusammengetan. Doch nach 1933, nach der Machtübernahme Hitlers, musste man relativ schnell erkennen, dass das Deutsche Reich in einer Art Rechtlosigkeit versank. Marodierende SS- und SA-Verbände marschierten durch die Straßen und konnten quasi straflos machen, was sie wollten. Und das sorgte in den konservativen Kreisen für Aufruhr und Sorge, wohin sich dieser alte Staat, der deutsche Staat, mit seinen Traditionen entwickeln würde. Und so sollte schnell ein Umschwenken innerhalb des konservativen Lagers erfolgen, hin zu einer Gegnerschaft zu Hitler. Was hat das nun mit der SA zu tun? Man muss sich bewusst machen, dass diese konservativen Kräfte nun ein Interesse daran hatten, den NS-Staat insgesamt zu schwächen. Und warum sollte man eben bei der SA nicht ansetzen? Denn die SA verkörperte im Grunde alles, was die konservativen Kräften, die konservativen alten Eliten am neuen NS-Staat auszusetzen hatten. Man warf dem NS-Staat vor, er sei im Grunde rechtlos und von Brutalität gezeichnet. Und wer verkörperte genau diese Tatsache eben der Rechtlosigkeit und des Prügelns auf der Straße? Mehr als die alten Verbände, insbesondere die SA. Im Juni 1934 sollten die konservativen Eliten ihre Kritik am NS-Staat sogar lautstark in Versammlungen äußern. Das bedeutet, diese Kritik am NS-Staat blieb nicht unter der Oberfläche, sondern wurde jetzt nun laut in die Öffentlichkeit getragen. Und im Anschluss daran sollten sich verschiedene ohnehin NS-kritische Kräfte im Reich nun bestätigt darin fühlen, dass man eben hier seine Meinung sagen müsste und den NS-Staat und das, was daneben ging zu dieser Zeit, anprangern müsste. Sprich, es kamen jetzt verschiedene Regierungspräsidenten beim Reichsinnenminister Frick zusammen und sollten im Juni 1934 davon berichten, wie unruhig die Lage eigentlich war, dass die SA regional zu einem größeren Problem geworden sei und dass die Leute sich verunsichert fühlten und dass man mit dem NS-Regime insgesamt fremdeln würde. Und das war natürlich ein Warnsignal für Hitler in dieser noch jungen Zeit des NS-Staates, dass hier alles zerfallen könnte, wenn man jetzt hier das System nicht stabilisieren würde. Und dafür, das wurde bei Hitler nun immer deutlicher im Kopf klar, musste man die SA aus dem Weg räumen. Anders als man in Anbetracht dieser schweren Vorwürfe vermuten mag, war Anfang Juni 1934, zumindest aus der Sicht von Röhm, offenbar noch nichts davon zu merken, dass sich möglicherweise dieser Konflikt weiter zuspitzen könnte. Tatsächlich hatte es eine Aussprache zwischen Röhm und Hitler gegeben und Röhm hatte offenbar das Gefühl, dass dieser Streit mehr oder weniger jetzt geglättet wäre. Zunächst einmal, er sollte jetzt einen Kururlaub antreten und für den Folgemonat, den Juli, hatte Röhm sogar einen kompletten Urlaub für die gesamte SA sozusagen erklärt, wo man sich quasi nochmal ausruhen sollte, sich auf sich besinnen sollte. Allerdings sollte er gleichzeitig auch betonen, dass er erwarte, dass man im August dieses alte Thema jetzt wieder aufgreifen würde, dass er von allen SA-Mitgliedern erwarte, dass sie ab August 1934 weiterhin dafür eintreten würden, nun ihr Recht im neuen Staat zu bekommen. Am 30. Juni 1934 begann nun eine Kette von Ereignissen, die in die Geschichte als der sogenannte Römputsch eingegangen sind. Der Begriff ist, wie wir gleich sehen werden, reine Propaganda und Irreführung gewesen, denn mit einem Putsch hatte das tatsächlich überhaupt nichts zu tun. Wie bereits angesprochen, gehörten 1934 die alten konservativen Eliten unter dem Vizekanzler von Papen zu den großen Problemen im NS-Staat, die Hitlers Macht bedrohten. Doch diese konservativen Kräfte beriefen sich natürlich bei ihrer Kritik, wie eben dargestellt, auf ganz bestimmte Vorkommnisse im Staat, sprich vor allem auf die SA und den Terror, den diese Gruppierungen auf der Straße verbreiteten. Also lag es für Hitler nahe, dass man, wenn man jetzt den Staat stabilisieren wollte, die eigene Herrschaft stabilisieren wollte, dass man genau diese Kritik der alten konservativen Eliten aufnehmen musste und dieses Problem lösen musste. Denn dann konnte man behaupten, dass man das Problem erkannt hätte, man hätte es gelöst und damit konnte man eben der Kritik der Konservativen den Wind aus den Segeln nehmen. Und das sollte Hitler jetzt tun. Denn der Römputsch, der nun in Folge stattfinden sollte und der sich primär gegen die SA richtete, wurde jetzt im Grunde verkauft als eine Beseitigung des Unrechts. Sprich, man sollte die SA im Grunde jetzt als das Problem im Staat identifizieren, das die Konservativen bereits erkannt hätten und der NS-Staat und die NS-Regierung wäre jetzt das Problem an der Wurzel sozusagen angegangen und hätte dieses Problem beseitigt. Und damit wollte Hitler eben gegenüber der Bevölkerung zeigen, ich nehme eure Sorgen ernst und habe das Problem aus dem Weg geräumt. Um nun gegen die SA vorzugehen, brauchte man natürlich in gewisser Weise Gründe. Man musste ja irgendwie argumentieren, warum man jetzt etwas machte. Das hatte man, wie gesagt, zum einen damit begründet, dass die SA eben ein Problem im Staat war, aber gleichzeitig brauchte man auch eine möglichst bedrohlich wirkende Erklärung für die Bevölkerung. Und da griff Hitler nun die alte Idee auf, die ja von dem Reichswehrminister Blumberg immer wieder geäußert wurde, dass die SA möglicherweise putschen könnte. Also nahm man das jetzt als Anlass und wollte der Bevölkerung quasi im Nachhinein, nachdem das Ganze dann gelaufen war, sagen, Röhm hätte einen Putsch geplant und der Staat wäre im Grunde ihm nur zuvor gekommen und hätte das Problem an der Wurzel gepackt. Die SA lieferte im Grunde dafür auch Steilvorlagen, denn dadurch, dass man eben durch diese Wehrsportaktivitäten haufenweise Waffen gesammelt hatte, konnte man das eben der Öffentlichkeit auch gut verkaufen. Man konnte sagen, seht her, die SA, die hat sich quasi bewaffnet und wollte das gegen uns einsetzen. Circa eine Woche vor dem 30. Juni wurden jetzt nun die verschiedenen Planungen in die Wege geleitet. Man hatte vor allem die SS aktiviert und die darauf vorbereitet, dass die nun quasi diesen Röhm-Putsch, den eigentlichen, durchführen sollte, sprich ein Mordkomplott, denn was anderes war es schlussendlich nicht, gegen die SA durchführen sollte. Man hatte aber auch die Reichswehr eingebunden, die sollte vor allem logistisch beiseite stehen und notfalls auch Truppen bereitstehen, sollte die SA militärischen Widerstand leisten, denn bei einer Truppe, die reichsweit drei Millionen Mitglieder hatte, war natürlich Widerstand möglicherweise zu erwarten und daher musste man auch dort Truppen für die Reserve bereitstellen. Gleichzeitig lief in dieser Woche vor dem eigentlichen Röhm-Putsch auch die Propagandamaschinerie an, sprich man hatte jetzt verschiedene Pressemeldungen lanciert, man hatte damit begonnen, auch falsche SA-Befehle in Umlauf zu bringen, um damit schlussendlich später eine Beweislast gegen die SA zu haben, sprich man hatte hier also begonnen, sich auf diesen vermeintlichen Putsch eine Woche später vorzubereiten. Der Höhepunkt dieses Röhm-Putsches spielte sich allerdings jetzt seit dem 30. Juni 1934 ab. Hitler hatte dazu Ernst Röhm und die verschiedenen SA-Führer, die es gab, die regionalen SA-Chefs, nach Bad Wiessee eingeladen, also ungefähr 50 Kilometer von München entfernt, in eine Pension und dort sollte eine Unterredung stattfinden, vor allem der SA-Leute. Als Hitler in Begleitung von SS-Einheiten nun am 30. Juni, am frühen Morgen, in der Pension Hanselbauer in Bad Wiessee eintraf, um die SA-Führung jetzt quasi auszuschalten, lagen die meisten SA-Führungspersönlichkeiten noch im Bett, denn die meisten von denen waren bereits einen Abend vorher angereist, man hatte die Nacht teilweise durchgezecht, hatte tief ins Glas geschaut und so lagen die meisten noch erschöpft im Bett. Und nun, in dieser Zeit, polterten jetzt nun die SS-Einheiten in die Pension und sollten die SA-Führer verhaften. Adolf Hitler war persönlich dabei und ließ es sich auch nicht nehmen, Ernst Röhm persönlich aus dem Bett zu holen und ihm dann quasi eine Predigt darüber zu halten, was für ein Schwein er eigentlich sei, was für ein Verräter er sei und so weiter. Nahezu wie im Krimi spitzte sich jetzt nun plötzlich die Situation an diesem Morgen zu, als ein SA-Laster mit bewaffneten SA-Einheiten in Bad Wiessee vor der Pension erschien. Denn diese SA-Einheiten standen loyal zu Röhm und möglicherweise wäre es jetzt hier zu einer Schießerei und einer bewaffneten Auseinandersetzung zwischen SA und SS gekommen. Doch Hitler sollte es schaffen, den SA-Befehlshaber, der auf diesem Laster eben war, dazu zu bewegen, dass die SA-Einheiten abzogen und wieder nach München zurückfuhren. Die SA-Führer, wie gesagt, wurden alle verhaftet und nun in das Gefängnis München-Stadelheim gebracht, wo manche von ihnen sogar am selben Tag noch erschossen wurden. Röhm hingegen sollte zumindest diesen Tag noch überstehen, doch am nächsten Tag sollte auch sein Todesurteil getroffen werden. Damit endete der sogenannte Röhm-Putsch und die SA sollte nun in Folge mit einem neuen Führer ausgestattet werden, der Hitler-treu ergeben war und damit versank die SA, zumindest verglichen mit der SS, die nun ihren großen Aufstieg vor sich hatte, in der Bedeutungslosigkeit. Der sogenannte Röhm-Putsch, so kann man zusammenfassend sagen, war nie ein Putsch gewesen, sondern war im Grunde ein abgekartetes Mordkomplott gewesen. Man hatte sich zum Ziel gesetzt, Röhm aus dem Weg zu räumen, zum einen als Störenfried und zum anderen auch, um den alten konservativen Eliten im Staat den Wind der Kritik aus den Segeln zu nehmen. Damit hatte man sich nicht nur der SS, sondern auch der Reichswehr bedient, die sich nun quasi zum Handlanger Hitlers gemacht hatte. Namentlich sind 85 Opfer dieses Röhm-Putsches bekannt, Schätzungen gehen allerdings von 150 bis 200 Personen, die im Rahmen dieses Putsches verhaftet und schlussendlich umgebracht wurden. Zudem muss man sich bewusst machen, dass der Röhm-Putsch in kleinerer Zahl auch nicht nur SA-Mitglieder betraf, sondern auch manche ehemaligen Kritiker des NS-Regimes, der bekannteste darunter vielleicht der ehemalige Reichskanzler Kurt von Schleicher. Das nahm man in der Bevölkerung wahr, hatte sich allerdings damit abgefunden, dass der ein oder andere Konservative eben hier auf der Strecke bleiben musste, um den Staat insgesamt zu festigen. Damit konnte Hitler nun gegenüber der Bevölkerung verkaufen, dass diese Rechtlosigkeit, die vor allem die SA verkörpert hatte, aus dem Weg geräumt sei und dass nun im NS-Staat alles nach Recht und Ordnung funktionieren würde. Soviel erstmal bis hierhin. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst doch bitte einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, teilt und empfehlt das Video weiter, hinterlasst doch gerne einen Kommentar mit Feedback, Themenvorschlägen, anderen Anregungen und ähnlichem. Und ansonsten sehen wir uns dann das nächste Mal, bei welcher Folge und welchem Thema auch immer. Macht's gut!